Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja eigentlich auf zwei Ebenen hier in diesem Hohen Haus. Wir diskutieren einmal über die medizinische Frage, was medizinisch notwendig ist, und wir sind uns im Klaren darüber, dass Menschen gutes Blut brauchen, und zwar nicht wenig, ein paar Tröpfchen, sondern viel. Und wir diskutieren zum Zweiten die Frage der Diskriminierung, ob Menschen oder Personengruppen in diesem Land diskriminiert werden. Und ich will Ihnen zwei Beispiele sagen. Ein Beispiel aus meiner Jugend, als ich noch Student war und zum Blutspenden ging. Da sind viele Menschen zum Blutspenden gegangen, die sind zum Blutspenden gegangen, das war noch vor HIV und Ähnlichem, die sind zum Blutspenden gegangen, weil sie damals 20 Mark bekommen haben. Viele Studentinnen und Studenten haben das gemacht. Und jetzt sage ich Ihnen ganz offen, wenn jemand 20 Mark will, glauben Sie ernsthaft, dass er bei dem Zettel ankreuzt, ich bin schwul, ich habe häufig gewechselnden Geschlechtsverkehr, ich finde die Frauen oder Männer interessant. Nö, macht er nicht, er hat nur die 20 Mark damals im Sinne gehabt. Und deshalb ist es eine Doppelzügigkeit einfach verlogen, wenn man diese Frage stellt, bei der man weiß, dass die überwiegende Anzahl der Personen schlichtweg bei dieser Gelegenheit lügt. Aber ich sage auch ganz deutlich, ich halte es für einen Quatsch, diese Regelung noch aufrecht zu erhalten, aber ich halte es auch für einen Quatsch, das Gesetz zu ändern. Denn zum einen, wir sind im Gesetz dafür verantwortlich, keine Diskriminierungen zu haben. Für den medizinischen Bereich müssen das die Ärzte machen. Und die müssen sich auf den Hosenboden setzen, die medizinischen Kenntnisse, die es heute gibt, nutzen und mit diesen medizinischen Kenntnissen anständige, ordentliche Richtlinien auf den Weg bringen. Ich sage auch ganz deutlich, es macht für mich überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen Sinn, die Aussage zu treffen, dass nur schwule Männer einem besonderen Risiko unterliegen, heterosexuelle Männer und heterosexuelle Frauen aber nur dann einem höheren Risiko unterliegen, wenn sie häufig wechselnden Geschlechtsverkehr haben. Was ist nun häufig wechselnder Geschlechtsverkehr? Muss man da täglich? Muss man da wöchentlich? Muss man jeden zweiten, dritten, vierten Tag? Oder reicht aus, einmal Thailand? Gibt es ja auch, die das machen, einmal im Jahr. Ich habe gelernt, eine sexuell übertragbare Krankheit und Infektion kann beim einmaligen Kontakt stattfinden. Also einmal falsch an der Stelle, und schon ist es passiert. Deshalb ist es unsinnig, diese Regelungen noch zu behalten. Ich bitte Sie aber jetzt in den Beratungen, in den Ausschüssen, bei der Anhörung der Sachverständigen, die wir hoffen, sich da zu hören, bei den Gesprächen mit den Ärzten und der Ärztekammer darauf zu achten, dass sie die Einsicht haben, die Realität des Lebens zu akzeptieren. Und bei dieser Realität des Lebens gehört dazu ganz gleich, ob es eine Frau ist, ob es ein Mann ist, ob hetere oder schwul ist. Es gibt Menschen, die haben viel Geschlechtsverkehr. Es gibt Menschen, die haben ein hohes Infektionsrisiko. Und es gibt Menschen, die beispielsweise wie ich heute Abend nach Hause gehen und froh sind, nur bei dem einen Menschen zu sein, bei dem sie gerne sein möchten. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und uns gute Beratungen. Ich glaube, wir können, wenn wir vernünftig sind, zu einem richtigen Ergebnis kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Dr. Karl-Heinz Brunner. Dann Ihnen beiden einen schönen Abend.